Ich laufe ganz mit, aber war so ein bisschen halbe Backe. Ja, zum Glück. Oh mein Gott. Alter, das wurde raus. Was für ein Scheiß zu ziemlich geil in 0 auf 100. Der Pass war ja von Coutinho mit der Hacke genau in den Lauf. Oh, krass. Das gibt's ja gar nicht, ey. Das muss ich aufnehmen. Der Direktabnahme-Rinder. Geil. Oh, weia, ey.